In unseren Ausstellungen an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen arbeiten wir mit einer Vielzahl audiovisueller Interviews. Und eines der wohl bedeutendsten und für mich auch sehr bewegendsten Interviews ist jenes von Michael Horwath. Michael Horwath stammte aus einer Roma-Familie und wurde im Juni 1939 verhaftet. Nach den Konzentrationslagern Dachau, Buchenwald und Gusen kam er schließlich nach Mauthausen und wurde dort am 5. Mai 1945 befreit. Und in dem Interview erzählt er auf eine sehr bedrückende, aber auch beeindruckende Art und Weise diese unglaubliche Orientierungslosigkeit, die ihn vor allem auch nach der Befreiung beschäftigt hat. Und es ist ihm gelungen, wieder zurück nach Hause zu kommen, ins Burgenland, nach Oberwart, wo er hergekommen ist, um sich völlig von Null an ein neues Leben wieder aufzubauen. Und dann, mitten in diesem Interview, beginnt er zu erzählen von 1995. Er springt von der Vergangenheit in eine jüngere Vergangenheit und erzählt von einem grauslichen Attentat, das damals passiert ist. Dass ein Sprengstoff hinter einer Tafel versteckt war, auf der drauf stand, Roma zurück nach Indien. Und er sagt, ziemlich bedrückend, in diesem Interview, und zwei der Personen, die dort ermordet worden sind, waren meine Enkelkinder. Und das ist das, was wir vor allem unseren jungen Menschen an der Gedenkstätte immer wieder sagen, dass dieser Hass gegen Minderheiten, diese rassistische Getriebenheit des Hasses, dass der 1938 nicht begonnen hat und leider 1945 auch nicht aufgehört hat. Und umso mehr ist es unsere Aufgabe, an diesen Orten, an diesen Gedenkstätten, dass wir daran erinnern, dass wir an die Geschichte von Michael Horvath und an die vielen anderen Schicksale erinnern und dass wir zeigen, dass wir heute umso wachsamer sein müssen, dass genau diese Dinge, die leider immer wieder passieren, dass es an uns liegt, dass das nicht wieder passieren darf.